Für die fünfte Teil. Ich muss hier ganz langsam runterrutschen. Und die Rochers. Ich muss hier ganz langsam runterrutschen. Es ist sehr gefährlich. Also, wir sind in der Part 5 des Camino hasta Capgeus. Wenn du einen Like hast, hast du eine Subscripción an meinen Kanal. Antes de morir. No, una una broma. Café a Dios viviendo. Und jetzt ist der fünfte Teil. Gebt mir ein Like. Ich muss hier runterrutschen, wie ihr seht. Das ist unglaublich schwierig. Und über die Felsen drüberrutschen. Wow, es ist ganz schön gefährlich. Ich sehe die Cliffs unten drunter. Du siehst, ich muss hier runterrutschen. Es ist unglaublich. Es ist sehr schwer. Du kannst mir ein Like und abonnieren auf den Kanal, wenn du mich unterstützen möchtest. Und wir gehen weiter. Schaut hier, wie hart es ist. Ich kann hier gehen. Ich kann hier gehen. Dann dort gehen. Ich kann hier gehen. Oder hier. Es ist sehr gefährlich. Ich kann hier gehen. Du kannst hier gehen. Oder hier. Wir gehen hier. Hier. Es ist sehr gefährlich. Du kommst mit mir. Du kommst mit mir, oder? Du kommst mit mir. Du kommst mit mir. Du kommst mit mir auf diesem Abenteuer. Ich muss hier wieder den Ding runterrutschen. Und da muss ich runter, um zum Ding zu kommen. Hier, der Ausblick ist klasse, ne? Le vue est belle. Je le fais pour vous. Mais c'est fort. Donnez un Like. Faites eine Subscription au Kanal. So, merci. Et on y va. On descend plus. Und vamos a bajar más. Peligroso aquí, pero vamos a bajar. Vamos a bajar, bajar, bajar. No es fácil, eh? Pero vamos a pasar estas pruebas. Juntos. Vamos a pasar estas pruebas juntos. Estamos aquí. We are going to pass these challenges together. Wir werden diese Herausforderung zusammen passieren. Vamos a pasar ensemble. Estos son les e-preuves, ici. Se freno des e-preuves, eh? Un autre chemin. Un peu plus facile. Mais, on y va, là. Um, 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 um. Was ich hier gelernt habe, langsam zu gehen, was ich hier gelernt habe, langsamer zu gehen, was ich hier gelernt habe, hier in der Vida, müssen wir passo a passo. What I learned here is going step by step in line. Ich habe hier gelernt, dass es in der Vida geht, nicht? Also, was ich gelernt habe, ist, dass du in der Moment, wenn du wachst, kannst du nicht denken, du wirst Fehler machen. Auch was ich gelernt habe, wenn man wandert, und diese Prüfung passt, man muss mehr im Moment leben, sonst macht man Fehler. Ich habe auch gelernt, und du wirst in der Vida, und du wirst in der Vida, und du wirst in der Vida, sondern du wirst in der Vida, und du wirst in der Vida, und du wirst in der Vida, wenn du wirst, und du wirst in der Vida, und du wirst daern, die 好? Lass uns hier. 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 Ich muss mal den Schwerhandweg gehen. Ich muss den Schwerhandweg gehen. Lass uns hier. Ah, jetzt bin ich da. Hier ist noch eine Challenge. Ihr könnt mir helfen bei meinen Bemühungen. Gebt ein Like, macht ein Abonnement, ist frei, kostenfrei. Und du die Videos teilen mit anderen Leuten. Ustedes können alle Dörme, con diese Fuerzas, auch mit meinen Rettungen, daß ein Like, suskribe sich auf den Kanal, daß ein Abonnement los Videos. Also von der lightly auf den Kanal verbauten, ihre Zinformation. Auf dem Kanal Abbott! Im Kynn Lenkland. Naar Sure, hier. Dann kann ich ihn und ich, Hier. 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 Oh, I have a problem. There are boars down there. I have a problem with wild fish. I have a problem with wild fish. I have a problem with wild fish. Hier ist es, nach unten. Kein Problem. Ich weiß nicht, was ich machen werde. Sie sind gefährlich. Das sind Wildrabbits und Bars. Das sind Bildschweine und Hasen. Des Enkliets und des Lapins. Ich glaube, ich kann runter, oder? Ja. I hear them still. What am I going to do? Ich glaube, die müssen noch aufpassen. What can I do? Is we run over here? I see a Camino over there. Was this way? I can't go. Oh, they are right there. I wonder if I can go up so I have to see now. Okay, we try. I don't hear them anymore. Also, let's go down. Sign, if they come back, I won't go down. They are close by. I have to be careful. They can't come up here. They can't come up here. Too tough for them. They can't come up here. You see, how dangerous it is. This life in Wildness. You can see how dangerous it is in the wildness. They can't come up here. We won't go there, we go there. We let them be. I go over here. I go over here. I go over here. I go up somewhere here. This seems to be the way to go up. This cactus. I try here. There must be over there. I'm scared. I'm a bit scared. They are behind. But here is the way up. They are not coming up here. The uncle can't go there. They are here. They are down. They are there. They are there. They are back. They saw me. I'm afraid. I am going to go over there. They looked at me. But they are not afraid of me. I think I escaped. Ich glaube, dass ich von einem Milchwein abgehaut bin. Klasse. Kann schon Angst machen, so ein Milchwein. Das hat ein bisschen Angst. Das kann ein bisschen Angst machen. Sans Client. Sans Client! Er ist da. Er ist da. Er ist da. Da war der Bar. Er ist da. Da ist der Barsch. Er ist da. Er ist da. Aber wir gehen uns von hier. Es ist zu gefährlich. Er ist da. Er ist da. Er ist da. Er ist da. Wir schießen Sie. Er wird verrückt. Er wird nippel. Ich rufe. Er wird weg. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020